In Dominanzrennen ist die Strecke in Sektoren unterteilt. Erziele in jedem Sektor die beste Zeit. Wer am Ende die Strecke dominiert und die meisten Punkte eingefahren hat, gewinnt. Erziele in jedem Sektor. Hey Rakete, da bist du also. Stör die Koffer weg und komm mit. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich freue mich schon. Hey, das ist kein Autoscooter. Ich freue mich schon. Dieser Christian gibt ganz schön Gas, was? Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Das war's. Zauber! Zweiter Platz! Ich habe jede Menge Lackierungen für dich. Du hast Spezialobjekte freigeschaltet. Schau dir mal die neuen Events an. Du machst ganz schön von dir reden. Gut so. Ich sage den anderen, dass du das Tempo mitgehen kannst. Du wirst keine Probleme in China haben. Also, los geht's! Du wirst einérieures zu tun. Wie schlauze ist mit dem Anwälberkopf? Wie schlauze ist das Leben! Und wieder einmal im Frühstück.